Hörst du es? Das Rauschen der Ostsee reißt mich aus dem stressigen Alltag. Den kalten Wind spüren, die klare Luft einatmen. Leere Strände, so weit das Auge reicht. Wir sind am wohlverdienten Urlaub angekommen. Die Kaiserbäder sind für mich ein Ort, desser Charme auch im Winter ein ganz besonderer ist. Nicht nur am Tag gibt es vor und hinter der Düne Unzähliges zu entdecken. Selbst bei Dunkelheit erhellen die warmen Lichter der Kaiserbäder die Insel. Ich erwische mich immer wieder mit einem Lächeln, wenn wir unsere gemeinsame Zeit hier mit Erlebnissen füllen. Mit meinen Händen in den wärmenden Taschen meiner Jacke lasse ich von den Seebrücken den Blick über das endlose Meer schweifen. Ich wünschte, die Zeit würde stillstehen. Am liebsten verbringen wir unseren Winter hier in den Kaiserbädern auf Usedom. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017